Make that shit go boom-dum-dum Yo hips go boom-dum-dum Don't fight that shit go boom-dum-dum Albania Gamer 187, Alter Da krieg ich schon wieder zu viel Bruder, der schreibt mir Der schickt mir grad ne Party-Einladung Albania Gamer Einfach richtig Junge, Alter Er will richtig der Freund sein Hellig, ich bin die Angst Ah, jetzt erinnere ich mich wieder hier Naja, das hier Kann man nicht vergessen Ne man, hier haben wir richtig rasiert Ja LOL Wir haben ihn erst gefunden, Alter Bist du mute das? Ja So Was machen die denn hier? Noch 5 Sekunden Ok Das haben wir Mit dem Bio-Gefahr-Mut-Behälter umgeben Ich hab noch einen Versteh ich mir mal Echt? Hier hin Ja Ich hab auch noch ne feste Kamera Ok Du weißt ja immer wo ich schon hier hin Ja Ja Ich komm auch gleich zu meinem Platz Ja schön Aber wir haben auf jeden Fall schon Feinde entdeckt Ah die kommen Ja Komm die Garage oder was? Guck mal Guck mal Ja 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 Von vielen Alle Garage glaube ich Loll Aber egal Geht Pass auf Such den guten Winkel da Du kannst auch noch von links hinten abgeknallt werden Du kannst auch noch von links hinten abgeknallt werden Pass auf Ja Ja man Ey die stehen hier so Hier stehen so viele ne Ich bin down Ich bin hingefallen Soll das Ja ja das ist auch neuer Operator alter Oh pass auf dich auf da bruder Sauber Sehr schön sehr schön Wir haben hier bei mir auch offen gemacht Ok Ja bei dir kommt einer Bei dir kommt einer Ja Er ist durchgekommen Ok bei mir Kommt er durch mir Ich kann dir sagen Ich kann dir sagen Wenn einer kommt Wenn ich ihn aus dem Winkel sehe Boah ich höre so viele Steps bei dir da Ah die haben hier Drop offen gemacht Ok down Ah da sind noch ein paar bei dir ne Ja Ja also Ja also Ich höre da auf jeden Fall gute Steps Die müssen jetzt kommen Pass auf Ja bei mir Hab ich Zehn Sekunden noch Bei dir kommt einer Sehr schön Sehr schön Noch einer noch einer noch einer Noch einer Let's go Ja Ich hab absolut Zwei Assister Alter Sehr schön Ich konnte die gut durch diesen Winkel sehen Die waren ja alle da irgendwie gefühlt Ich schätze dass sie auch wieder da dahin gehen werden Ja Ja Oben rein fusen und Äh Das weiß ich gar nicht Ich bin ein bisschen unschlüssig aber Äh nur ja Ja Fuse ist eigentlich immer so Ich nehme Twitch Wollte sie Bandit oder so haben Vielleicht gehen die ja gar nicht runter Ja wer weiß Boah Du brauchst ein Gemetzel dass es grad war erreicht Ja ja Das muss jetzt lokalisiert werden So Aber so macht das auch Bock Finde ich Also hier hör ich Hier ist schon mal alles ruhig Ich mach mal alle Camps schon mal kaputt von oben bis unten ne Ja Ja Also wenn ich noch weiß wo die alle sind Gute Arbeit Der Biogefahrgutbehälter wurde lokalisiert Wo? Wahrscheinlich ganz unten Ah ja unten Ja Du kannst ja mit deiner Camp gucken Von wo du kaputt machen kannst Fünf Sekunden bis Einsatz Okay ich geh jetzt Ich geh jetzt Ja ich glaub ich Ja 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 das stimmt Ich weiß glaub ich auch wo du meinst Woher gehst du denn? Weiß ich noch nicht Ich mach eben alles kaputt Hier ist auch Mira Ich versuch Mira eben kaputt zu machen Ja Mira Fenster Ja Mira wär ja wichtig Oh Nein Nein meine erste Camp haben die Ähm ich denke ich gehe Ja ich komm mit dir warte mal Ja komm ich bin gerade hier am gucken Ich geh Haupteingang wieder rein ne du weißt ja 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 ich bin auch da ich guck nur gerade durchs Fenster ob ich irgendwo was sehe Ja Meinst du Haupteingang ist jemand? Ich glaube nicht Wenn dann versteckt man kennt ihn Wenn dann versteckt man kennt ihn Ja 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 Ich hab hier keinen gesehen Ja okay Ja hier sollte auch keiner sein Hier war ich gerade schon Ich fahr nochmal eben drunter und mach Mira Fenster kaputt Auf Verdacht Ja Ich bin gerade hier am steppen alter Ja ich mach mal Mira Fenster kaputt hin Ja 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 ich hab Mira Fenster kaputt gemacht Komm mal mit ich weiß wo du kannst Ja warte ich bin gerade schon aufs 5 Weile weg Ja okay Kannst du hier offen machen oder so Den Drop Hab einen Sehr schön Kannst du einen Drop offen machen? Ich kann einen offen machen ja Ja komm mal her Komm mal her Bruder Mach mal den hier wieder weg Ja Bruder Bei mir sind geräuschlich aber auch Hier Komm mal hier auf Ich gucke Nein Sehr schön Ja Danke Da ist schon einer von uns unten Da ist äh Ding schon Pass auf ne Einen verletzt Einer ist im Raum verletzt Drei sind im Raum Drei Leute Drei Leute im Raum Pass auf Äh Ja nice Nice Bruder Sehr schön Einen hatte ich verletzt und zwei waren noch Ja den einen hab ich da und dann den anderen Ja ja Perfekt Der liegt da aber Ja ich hab zum Glück noch gesehen dass alle im Raum waren Der Archiv Da brauchen wir aber gut was zum verstärken finde ich Nimmst du wieder Frost? Ja Die haben Warte ich nehm jetzt Weiß nicht was ich nehmen soll ich denn? Hat Falls du einen hast mit Hat der ein Ding ins Warte Was brauchst du? Ja ok Alles gut Ja ok Ich hab Stacheldraht mitgenommen Gut Ich hab auch gehabt gern ein paar Falle machen Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schließen Ja Den Raum sichern Gut Dann mal alles zumachen jetzt Ja Ich glaub ich geh auch sogar hoch Ja Ja Hier in dem Raum Fusen Wäre auf jeden Fall Ja 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 Hier bist du ja echt direkt Knockout alter Nicht in den Explosionsradius kommen Das sag ich dir ja Gut Kap Kap Äh Kannst du hier mal Barrikanien machen? Noch 5 Sekunden Ich pieke Ja Geschützt den Biogefahrgutbehälter um jeden Preis Keiner im Grunde ist es natürlich hoch Hab ein Läuft Sehr schön Sehr schön sehr schön Äh Ja weißt du was ich geh glaub ich in den Raum rein Ja Ich hab jetzt einen gepinkt Zugang verbarrikadiert Zugang verbarrikadiert Ich hab auch noch versteckte Wände alter Können auch noch zwei Wände machen Aber hier ist schon alles versteckt Ich guck mal ein bisschen mit bei dir da Ja Die kommen glaub ich von Haupteingang Haupteingang Haupteingang? Ja Ich geh mal hoch Ja Ja Ich bin äh Ja ich glaub die kommt von Haupteingang Ja Hab einen Sehr schön Ich bin bei dir Ach da bist du ja Ich geh rechts rum Geh du links rum Genau Pass auf die könnten noch irgendwo am Fenster sein Ah ja 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 Ah Welches? Ah Draußen 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 Hängt noch irgendwo einer Ah ja ich seh ihn Wo denn? Äh hier Ungefähr Hab ihn Gegner verbleibt Gut Das war ein saftiger Headshot Die Frage wo ist der andere? Wir könnten sauber spielen und in den Raum reingeben Weißt du wie ich meine? Ja Könnte man mal machen oder? Wer schießt du? Ne Der ist glaub ich noch draußen wenn mich nicht alles täuscht Ja 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 der kommt Haupteingang Der kommt Haupteingang Bei dir Bei uns Ja ja ich seh ihn sogar Hier ist er Hier Ja von mir aus keiner Haupteingang kommen Ich hab ihn bin halt angeschossen Ja er hat mich Hä? Er hat kein Level Ach er hat kein Leben mehr Aber woher wusste er dass ich da bin? Sechs um fünf Kills läuft alter Aufnahme ist gesaved Läuft Nice Sehr schön Matchball So Mackelloser Sieg ist drin ne? Ist auf jeden Fall drin Ich glaub die werden wieder runter gehen Ja Ja Würde ich auch schätzen Ich versuch's mal mit Irgendwie Börner Ja Kann ich kleine Sachen aufmachen Ja Ach ich nehm mal hier irgendwie sowas Auch gut für Drops wenn die oben Drops nicht versteckt haben Kannste aufschießen Ja Das wäre geil Wir geben wieder Haupteingang Wie immer Ja Ja Jubilier Ja Man kennt ihn Jetzt müssen die nur noch unten sein Ja aber ich denke mal schon Das ist so an sich der beste Raum eigentlich Ja 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 Die sind da unten so wie ich das höre Ja Gute Arbeit Der Biogefahrgutbehälter wurde lokalisiert Ich spiel schon wieder dieses komische Schildzahl Alter Der ist richtig nervig der Typ Ja ok die machen dicht Ja 10 Sekunden Aber Drop machen die nicht ne? Ah ich glaub nicht Noch 5 Sekunden Scheiße Weiter zum Standort des Biogefahrguts Ok komm dann machen wir das Modell Gut Boah Team Rückschuss die Würfe alter Pass auf ne Nicht das irgendwo einer Na ich mach eben die Cam hier oben kaputt Kannst du einmal mit einer Cam kurz durchfahren? Warte Ach ich mach schon wieder das Falsche Mal nur kurz auf Kramp gucken Also auf Kramp sehe ich jetzt nichts ne aber Man kennt ihn ja Kann sein dass irgendwo einer sneakt Ok komm Ich geh rein Wir gucken ob Drop offen ist Ja kannst du hier aufschießen? Dann kann ich von oben die Bahnen Boah Auf zur anderen Seite Ah ich bin runter gefallen Ich komm mit dir Ich komm mit dir Ich komm mit dir Ja Hab ich hab ich hab ich Ah nein Nein Ich hab in die andere Richtung geguckt Egal Oh Der war auch in der Ecke Sehr schön Nice Sogar erster noch Sieben Kills Nice Sechs Kills Boah Oh Bruder Wir haben ganziert Ja man Geil Makelloser Sieg So und nicht anders Freunde Lasst ein Like da wenn es euch gef-